Ist es okay, wenn ich das beschreiben kann als ein Kleinkind? Papa Name ist Pehera und mein Name ist Silz. In Brasilien machen wir beide. Wie in Spanien? Ja. Ich schreibe mal noch dazu. Nein, alles in Ordnung. Mal gucken. Wo läuft's? Habt schöne Weihnachten und vielen Dank. Das ist immer ganz großartig. Und, sollen Sie schlafen? Ja. Unruhige Nächte? Ja. Ich habe schon eine andere Wattung. Wir sind in der Schrechstürbe. Wir sind in der Schrechstürme. Wir haben einen check up. Wir sagen, dass kein Bedeff Ich hatte. So they call